Hey, mein Name ist Madeleine und ich komme aus Los Angeles. Hast du dich jemals gefragt, ob es möglich ist, dass eine ruhige Studentin zur gefürchtetsten Person in Juvie wird? Ich erzähle euch, wie das geht, aber zuerst müsst ihr liken und abonnieren. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich war ein achtjähriges Genie und hatte einen Wissenschaftswettbewerb gewonnen. Erster Platz, Madeleine Jones. Alle jubelten und ich strahlte. Ich war schon auf halbem Weg über die Bühne, als die Ansagerin verwirrt war. Ups, da gab es eine Verwechslung. Der Gewinner ist eigentlich Tyler Lee. Es tut mir leid, Madeleine. Alle fingen an zu lachen. Ich ging beschämt von der Bühne und lief ins Badezimmer, um zu weinen. Meine Freunde versuchten mich zu trösten, aber es war sinnlos. Nach diesem Tag beschloss ich, dass mir so etwas nie wieder passieren würde. Ich musste ein Perfektionist werden und in alles in allem überall die Beste werden. Und genau das habe ich getan. Ich habe nie wieder einen Wettbewerb verloren und war immer die Beste in der Klasse. An meinem ersten Tag an der Oberstufe schlenderte ich durch den Eingang der Schule und versuchte, mich zurechtzufinden. Aber dann sah ich ihn. Und ich schwöre, mein Verstand war völlig leer. Er war perfekt. Und als er mich anstarrte, konnte ich spüren, wie ich dahin schmolz. Es war, als ob mein Verstand und mein Körper nicht miteinander verbunden waren. Er war einfach wirklich so unglaublich. Ich ging vorwärts und dann, BÄM, stolperte ich und schlug mir in die Nase am Schrank an. Ich hörte Gelächter um mich herum. Und dann war er weg. Beschämt ging ich zu meiner Klasse und setzte mich hin. Hey, schau mal, da ist Rudolf. Ja, deine Nase ist wirklich rot. Ich sollte verschwinden. Im Laufe der Woche schien sich niemand mehr daran zu erinnern, was wirklich passiert war. Also hatte ich wenigstens etwas davon. Aber an diesem Freitag verschüttete ich Wasser über meinen ganzen Rucksack und musste meine Bücher überall hintragen. Als ich vom Mathe zum Physikunterricht eilte, stieß ich direkt mit jemandem zusammen. Und meine Bücher fielen auf seine Füße. Als ich aufblickte, um zu sehen, wer es war, erstarrte ich. Er schaute mir in die Augen und ich glaube, mir blieb der Atem weg. Hey, Süße. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, das ist wirklich so peinlich. Mach dir nichts draus. Ach, übrigens, wie ist deine Nummer? Ich gab sie ihm und dann half er mir, die Bücher aufzusammeln. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns heute Abend. Ich konnte es nicht fassen. Fand dieser Kerl mich attraktiv? Ich sah ihm nach, wie er wegging und starrte auf seinen prächtigen Körper. Aber plötzlich wurde ich von zwei hübschen Oberstüflerinnen weggeschubst. Hey Angela, ich habe gesehen, wie Blaze dich angemacht hat und ich wollte dich nur warnen. Er ist nicht gut. Hast du gehört? Was meinst du? Er ist in wirklich üble Sachen verwickelt. Was zum Beispiel? Er ist in einer Bande und war in alle möglichen kriminellen Sachen verwickelt. Sogar die Lehrer hier haben Angst vor ihm. Er kann machen, was er will. Der Direktor sagt nichts. So gefährlich ist er. Ich weiß, dass er süß ist und so. Aber ich habe gehört, dass du ein wirklich kluges Mädchen bist und es wäre eine Schande, dein Leben für einen Typen wie ihn wegzuwerfen. Wow. Okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Sie gingen weg und ich ging zu meiner nächsten Klasse. Später am Abend bekam ich eine SMS von Blaze. Was denkst du, was ich gemacht habe? Mein Handy ausschalten und weglegen? Auf gar keinen Fall. Gefährlich oder nicht, er war heiß und das war es, was für mich zählte. Wir schrieben uns zunächst eine SMS, aber wir hatten uns so viel zu sagen, dass er mich einfach anrief. Und wir redeten bis zwei Uhr nachts. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so schnell in jemanden verlieben könnte. Unser erstes Date war super romantisch. Er führte mich in ein kleines Lokal im Einkaufszentrum, das ich nicht kannte. Und wir holten uns ein paar ausgefallene Desserts. Ich liebe Kuchen, aber noch mehr liebte ich es, in sein wunderschönes Gesicht zu starren. Und jedes Mal, wenn er meinen Namen sagte, schmolz ich innerlich dahin. Er starrte mich an, als würde er sich auch in mich verlieben. Wir gingen ein paar Mal aus und er war das perfekte Gentleman-Erlebnis. Ich wusste nicht, wovon Angela sprach, bis wir eines Abends nach einer Eisdiele in der Nähe des Parks spazieren gingen. Oh nein, Madeleine, wir müssen rennen. Was? Nimm einfach meine Hand und folg mir. Wir rannten zehn Minuten lang, bis wir eine einsame Gasse erreichten. Wer ist er? Er gehört zu einer rivalisierenden Bande und die haben es auf uns abgesehen. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Ich meine, ich könnte es mit ihm aufnehmen, aber ich versuche, vor meiner Dame ein Gentleman zu sein. Dann fuhr er fort, mir von seinem Leben in der Gang zu erzählen, aber alles, was ich hörte, war bla bla bla, weil ich mich nur auf eine Sache konzentrieren konnte. Hast du mich gerade deine Lady genannt? Ja, eigentlich wollte ich dich heute Abend was fragen. Und das wäre? Willst du meine Freundin sein? Natürlich, Blaze, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Also akzeptierst du mich und all die schrecklichen Dinge, die dir über mein Leben erzählt wurden? Klar, ich komme sogar mit, wenn du willst. In der nächsten Woche wusste jeder in der Schule von unserer Beziehung, weil wir uns ständig umarmten oder Händchen hielten. Eines Tages kam Angela zur Toilette und versuchte, meine Beziehung auszureden. Ich habe dir doch gesagt, dass Blaze kein guter Kerl ist. Er macht nichts als Ärger und du bringst dich in Gefahr. Warum interessiert dich das so sehr? Weil du ein toller Mensch zu sein scheinst und ein echter Idiot bist. Wir versuchen nur, dich zu beschützen. Ich hoffe wirklich, dass du zuhörst, dass wir dir auf lange Sicht eine Menge Ärger ersparen wollen. Ich sagte ihr unhöflich, sie soll verschwinden und sie verließ den Raum mit einem Gesichtsausdruck, als ob sie gleich weinen würde. Später an diesem Tag tat mir das Leid und ich machte mich auf die Suche nach ihr. Ich dachte, sie wäre in der Nähe des Spins, weil es gerade zum Klassenwechsel klingelte, aber sie war nicht da. Ihr Spinn war leicht geöffnet. Einen Blick hinein. Ihr werdet nicht glauben, was ich gefunden habe. An der Innenseite der Spintür klebte ein Bild von Blaze. Sie hatte es mit Herzchen verziert und unten stand, eines Tages wirst du mir gehören. Ich konnte es nicht glauben. Sie war in Blaze verknallt und versuchte, mich dazu zu bringen, ihn in Ruhe zu lassen, damit sie ihn für sich haben konnte. In diesem Moment wollte ich sie einfach nur in Verlegenheit bringen. Also sagte ich laut, Hey Leute, kommt und seht, was Angela im Spint hat. Als ich die Menge versammelte, zeigte ich ihnen, was darin war. Einige Leute machten Fotos, während andere nur starrten und lachten. Angela kam verwirrt zu uns. Du wolltest mir also nur meinen Freund wegnehmen? Was? Nein, ich hab das nicht dahin gelegt. Lügnerin! So viel zu deinem Versuch, mich zu beschützen. Ich ging weg und ließ sie dort zurück, um die Schande aufzusaugen. Meine Beziehung zu Blaze wuchs weiter. Wir machten alles zusammen. Tagsüber half ich ihm bei den Schuharbeiten und nachts begleitete ich ihn und seine Gang bei den nächtlichen Eskapaden. Sie waren ziemlich rau, aber sie waren auch nett zu mir, weil ich seine Freundin war. Ich lernte eine Menge, zum Beispiel wie man ein Schloss knackt, ohne dass es jemand merkt, oder wie man klaut, ohne erwischt zu werden. Ich konnte sogar ein Auto kurz schließen. Ich fing an, viele Dinge zu tun, die mich wahrscheinlich in Schwierigkeiten bringen würden, wenn ich sie nicht richtig machen konnte. Eines Tages fragte mich der Anführer der Bande, ob ich mitmachen wollte, und ich willigte ein, alles, um mit Blaze zusammen zu sein und glücklich zu sein. Also musste ich jetzt komplizierte Dinge tun. Ich war bei einem Einbruch dabei, und das war gruselig. Wir haben fünf Raubüberfälle gemacht und waren jedes Mal erfolgreich. Aber auch mein akademisches Leben blühte auf. Ich war immer noch die beste Schülerin in der Schule und hatte die besten Noten. Eines Tages rief mich der Schuldirektor zu einer Besprechung ins Büro. Er hatte mir erklärt, dass er ein hervorragendes Erfehlungsschreiben für eines der besten Ivy League Colleges der Welt ausstellte, weil meine Leistungen so tadellos waren. Als ich meinen Eltern davon erzählte, waren sie sehr stolz. Aber ich habe mich immer gefragt, wie es sich auf Blaze auswirken würde, wenn ich aufs College ginge. Natürlich wollte ich für den Rest meines Lebens in seine schönen Augen blicken. Aber hast du jemals von einer perfekten Beziehung zwischen einem Gangmitglied und einem Astrophysiker gehört? Es fiel mir schwer, darüber nachzudenken, also versuchte ich es zu vermeiden. Ich war weiterhin ein Engel und in der Nacht ein Teufel. Aber die Rolle des Teufels wurde immer schwieriger, weil ich immer schwierige Aufgaben zugewiesen bekam. Eines Nachts sollten wir und drei andere Jungs das Haus eines rivalisierenden Bandmitglieds niederbrennen. Hey, ich glaube, wir haben eine Zeugin. Schnappt sie euch. Was? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen sie kidnappen. Einer der Jungs rannte los und packte sie am Arm. Er trug sie und legte sie in den Kofferraum des Wagens und wir fuhren los. Sie fuhren in eine andere abgelegene Gegend und parkten vor einem alten Gebäude. Dort fesselten sie das kleine Mädchen und später kamen noch mehr Typen. Und was machen wir jetzt mit ihr? Du weißt, was mit Zeugen passiert. Ich versuchte sie anzuflehen, weil sie noch so jung war, aber sie wollten nicht auf mich hören. Dann verließen sie für eine Weile den Raum und ich war allein mit ihr. Du bist Madeleine. Ich hab schon von dir gehört. Was? Wer bist du denn? Mein Vater ist dein Direktor. Ach du meine Güte. Bitte lass mich frei. Ich werde es niemandem sagen, dass du hier warst. Ich wartete, bis alle gegangen oder eingeschlafen waren und dann band ich sie los. Ich fuhr sie zum Haus ihrer Eltern und ging leise zurück. Aber am nächsten Morgen wachte ich von Sirenen auf. Überall in meinem Haus waren Polizisten und meine Eltern sahen verwirrt aus. Verhaftet, wegen Brandstiftung und Entführung. Warte, was? Das Kind hat uns alles erzählt. Als das Polizeiauto mich wegfuhr, schaute ich aus dem Fenster und sah Blaze und einige anderen Jungs aus der Bande, die sich an der Straßenecke versteckten. Einer von ihnen signalisierte mir, dass ich sehr bald erledigt sein würde. Und dann schaute ich das Ganze. Und dann schaute ich das Ganze.